Vier von fünf. Fünf von fünf. Sollen wir hier noch machen? Wissenschaft. Bewunderte. Was soll ich mit dem Bewundeten machen? Den Kopf abschlagen? Parkbank, Parkbank. Ich hab hier Basis ausrüstung. Gottverdammt. Was muss ich denn hier machen? Ich kann hier nichts mehr machen, ne? Verdammter Shit. Komm mal, ob sie wieder zugekommen sind. Parkbank? Nee, Parkbank nicht. Hast du immer nicht rausgefunden, was du machen musst? Gott, ich soll hier irgendwas mit dem... Gott, was ist das? Das war Wissenschaft. Ich vermute in der Krankenstation bringen. Ach, in die Krankenstation bringen. Äh, okay, muss ich nicht... Was ist jetzt los? Hm? Hm? Das ist komisch. Wie liefst du das? Ah, danke. Danke, danke, Whisket. Äh, Bienenplatz also abholen. Wo sind denn die Bienenplatz nochmal gewesen? Jetzt besachen, wo der war? Ah ja, danke, danke, danke. Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Dann kann ich auch ewig hier suchen, es passiert nix. Wajorana auf der Straße helfen. Was ist das hier? Oh, Tauschbörse. Da gebe ich mal kurz rein. Wenn hier schon die Tauschbörse ist... So, da wollte ich mal so la schauen. Ja, was denn? Ich will mal so la brutal nachgucken, wie viel es gerade kostet. So, das müsste auf episch sein. Suchen. Oh, 1,75 Millionen. 1,875 Millionen. Oh ja, da muss ich gleich mal gucken. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das Geld schnell auftragen kann. Äh, bei meinem Main-Shar habe ich 400 oder 500.000. Bei diesem Schar kann ich auch nochmal ein bisschen Geld reinholen. Dauert nicht lang. Und dann könnt ihr mir wahrscheinlich ein weiteres Solarportal noch mal holen. Wenn schon, dann denn schon. Solarportal ist einfach das geilste Ding, was es gibt. Messie, dass es dich gibt. Muss man jetzt alle einzeln holen? Ach du Scheiße. Also mein Vermögen bei diesem Schar ist... Warte mal, ich komme mal kurz nach. Äh, 132.000. Uh, Scheiße. Ja, das ist schon echt wenig. Aber gut, egal. Ich müsste mal kurz die Reise durch die Galaxis machen. Dann habe ich bestimmt mal wieder 500.000 mehr. Ist zwar immer ruhig genug, aber egal. Ich kann bis morgen warten. Es gibt's genügend angeboten. Hä? Oh, das... Was zum Teufel ist jetzt passiert? Äh... Äh... Lol... Das ist alles abgeschlossen. Mal mal. Lustig. Finde ich gut. Oh, egal. Äh... Assimilation müssen wir abgeben. Bei der alten. Da dann. Ja, wir kriegen hier mehrere Aufträge. Wir kriegen hier so oft keine EP. Aber wir müssen zu zweit machen, geht's sehr viel schneller. So. Äh... Äh... Okay. Ich bin hier um zu helfen. Ah, willst du mich doch verarschen? Echt? Äh, trainieren Sie für den Kampf gegen die Bodentruppen des Dominions. Lassen Sie sich von Leutner Curry eine neue Mission geben. Wir müssen die Mission annehmen. Äh... Denken der Captains? Ne. Machen wir Lernen der Captains. Ich bin hier um zu helfen. Hm... Warte, noch nicht. Okay, dann müssen wir das mitnehmen und dann müssen wir auch das mitnehmen. Okay. So, dann mal rein hier. Los, wir gehen aufs Holodeck. Juhu. Start. Bereit. Danke, dir auch, Whiskyt. So, hier sollen wir ein paar Leute umbringen. Ja, komm, Beifuß. Beifuß, wo sind die? Ach stimmt, wir müssen ja erstmal hier Lebenszeichen gezogen. Hier, nimm du die Kisten da hinten mal. Keine Anomalien. Oh. Ein Wechselbalk. Hört ja irgendwie lustig an. Jetzt will ich mich gerade knutschen hier. Ist ein Wechselbalk. Weiß nicht, was ein Wechselbalk ist? Hä? Ah, jetzt noch diese Form besiegen, dann haben wir so platt gemacht. Krass, das ist viel, oder? Aber ich musste schon mal gegen eins kämpfen, da waren wir, da hatten sie drei Formen. Mensch, Wechselbalk, Mensch. Oh, hier hat's aufwecken. Mensch, Wechselbalk, Mensch. Okay. So, mal nachgucken. Wo haben wir das Ding denn, da haben wir den Medizinischen Tricorder. Was, Medizinischen Tricorder 1? Ich hab den Medizinischen Tricorder 10 ausgestattet, verdammte Scheiße. Wo ist der mit dem Ausrüsten? Ich glaub mal, ein Typ ist Kau. Oh, ne, Simulation nicht verlassen. Oh, ne, Simulation nicht verlassen. Simulation verlassen. Hahaha, genau passend. So, Simulation verlassen. Äh, akzeptieren. Wir mussten nur ein Wechselbalk besiegen, das war alles. Äh, ja, da hast du wahrscheinlich die, äh, ja, Mist, da hast du wahrscheinlich verkehrte Quests mit dabei. Äh, Rückkehr zu bla bla bla. Äh, 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 so weit zu sein. Okay. I'm here to help. So, was müssen wir jetzt machen? Sag jetzt bitte die Schwiermission annehmen. Trainieren Sie den Kampf gegen die Flotte zu Minions, lassen Sie von Leuten scheu- Äh, 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 äh. jetzt müssen wir da rein was die beiden mission angenommen nehmen wir gefähigt kleine schiffe bereit ja ich hab keinen bock gegen die großen ich teile es drauf wo willst du gegen die großen kämpfen klein schiffen wird gemeint sind nur kleine schiffe nicht die großen starken so nebenbei nicht schattel so dankreich hier guckt diese kleinen schiffen wird Das hat mir Spaß. Ah, jetzt kommen die Angriffsschiffe. So, jetzt werde ich meinen Spaß noch ein bisschen vergrößern. Und auf die Plätze, fertig, Feuer! Mann, das Grottschiff werde ich schneller. Ah gut, die sind auch Level 52 fetten da wieder ein. Vergesse ich immer wieder. So, die nächsten bitte. Merci, dass es dich gibt. Und damit ist er. Bye-bye. Die nächsten sind tot. Die müssen das Hodeldeck schon wieder verlassen. Hä? Äh, Hodeldeck verlassen. Hä, Hodeldeck verlassen. Ich soll ein Team fortsetzen. So. Wie, was passiert? Was ist passiert? Loll. Ahahaha. Okay. 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 Perfekt. Mit Deidemis wird es nicht mehr reden, glaube ich. Bericht an Colonel. Äh, irgendwas Haze. Ist das die hier? Ne. Okay. Ich schätze da oben. Ich schätze da oben. Ich schätze da oben. Ich lasse da oben.